Es gibt so Vermutungen, die so in der Community kursieren. Was passiert jetzt mit dem Sternenfall? Was passiert mit dem Erwachen des Bornlandes? Das ist diese berühmte Hotzenplotzigkeit von DSA, ne? Jetzt setzen wir uns ja wieder in die Nesse. Wollte gerade sagen. Neulich in Aventurien. Ein DSA-Fan-Podcast. Folge 19. Das Bornland. Hallo und herzlich willkommen zu Neulich in Aventurien. Und mal wieder eine neue Folge. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Nach Hawena haben wir uns überlegt, siedeln wir mal ins Bornland um. Mit dabei beim heutigen Podcast ist der Mischka. Hi, Gude zusammen. Und als ganz besonderen Gast haben wir uns sozusagen als Schützenhilfe den Adrian von Hinter dem schwarzen Auge dazu geholt. Hallo, ich grüße euch. Den Adrian wird der eine oder andere schon kennen. Und wer ihn nicht kennt, Adrian, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Hinter dem schwarzen Auge, was ist das? Hinter dem schwarzen Auge, das ist der unglaublich gut informierte DSA-Info-Podcast. Also wenn du irgendwas von Neuigkeiten hören willst, kannst du dir auf YouTube oder auf allen anderen möglichen Podcatchern, kannst du dir die neuesten Nachrichten, alles zu DSA-Aventurien generell und die schwarze Katze, kannst du dir da ganz gut kondensiert in 1W20 Minuten, aufbereitet von Gernot, anhören. Wir machen regelmäßig auch noch ein paar andere Sendungen wie den Podcast, in dem wir über Community-Themen reden, wenn es mal wieder einen Aufreger gab oder auch generell, was gab es so für interessante Rezensionen. Und ab und zu machen wir auch den eigentlich monatlich, letzten Monat war jetzt glaube ich keinen, aber machen wir den Fan-Talk. Da laden wir Schaffende und Fans ein und da kommen wir zusammen und reden über spannende Themen. Der nächste ist auch schon geplant, das Datum steht noch nicht 100%, aber schaut mal rein, wenn ihr 4-Stunden-Streams mögt. Kann ich nur empfehlen, dann ist es immer ganz witzig. Ihr hört es also, schaut rein, sucht nach hinter dem schwarzen Auge und ihr werdet da garantiert ganz fündig und habt dann jede Menge geballtes Wissen rund um DSA 5. DSA 5, genau, alles was neu rauskommt, natürlich auch DSK, das wird ja auch regelmäßig befeuert. Und, ach, bevor ich es vergesse und Gernot mich schlägt, Aventuria habe ich ganz vergessen. Gernot ist natürlich begeisterter Aventuria-Spieler und ich habe tatsächlich auf Verratcon dann auch meine ersten, das allererste Mal ein Aventuria-Abenteuer gespielt. Ja, da kann man auch Aventuria spielen, die sind auch sehr witzig. Genau, und es dreht sich immerhin um Aventurien und basiert, natürlich, was heißt, basiert nicht nur, sondern spielt in Aventurien und ist vom Kontext, glaube ich, das Spiel auch genau wie DSA 5, nur mit anderen Regeln. Das ist, glaube ich, ein Kartenspiel. Genau, das ist ein Kartenspiel, aber es ist ganz nett gemacht, also kann man nichts gegen sagen. Aber kommen wir langsam vielleicht zu unserem Thema heute, weil ich bin schon ganz heiß, ich habe nämlich schon, ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, aber ich habe ja schon drei Bücher vor mir liegen und ihr könnt ja mal in euren Gedächtnis kramen, welche drei Bücher von welchem Autor zum Thema Bornland könnte ich hier vor mir liegen haben. Als kleinen Denkauftrag für den Podcast. Apropos Bücher, warum machen wir jetzt überhaupt den Bornland-Podcast heute? Das ist ein bestimmter Grund? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich habe erstmal kurz drüber nachgedacht, als die Anfrage kam und da dachte ich mir so, Moment, da war doch irgendwas, weil es wurde ja schon eine neue Regionalspielhilfe angekündigt. Manche Leute würden jetzt sagen, hä, aber die wurde ja schon 2016 angekündigt. Ja, die wurde vor langer Zeit das erste Mal angekündigt, weil sie ja ursprünglich in Verbindung mit der Theaterritterkampagne erscheinen sollte. Aber dann gab es ja die Verlags- und der Entscheidung, dass quasi die Regionalspielhilfen den neuen Status quo beschreiben sollen. Das heißt, die kommen dann nicht zusammen mit irgendwelchen Kampagnen, sondern immer wenn es eine große Veränderung in der Region gibt, gibt es dann die Regionalspielhilfe. Komischerweise hat sich das dann doch viele, viele Jahre gezogen. Ich meine, die Theaterritterkampagne, wann kam der letzte Teil raus, 2017? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das müsste ich nahe gucken, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall ist eine lange Zeit vergangen. Aber die neue Regionalspielhilfe ist jetzt final angekündigt. Und das hat eine lange Geschichte, das Bornland. Und warum? Woran könnte das liegen? Das können wir ja so ein bisschen ergründen und dann vielleicht dabei so ein bisschen die Eigenheiten und die Besonnenheiten vom Bornland herausarbeiten. Welche Person fällt uns denn da direkt ein? Kommt natürlich darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Richtig. Zum Beispiel, ich bin zwar nicht mit den Büchern aufgewachsen, ich habe schon DSA gespielt, bevor die ersten Romane rauskamen. Die kamen ja damals mit dem Dark Force-Kartenspiel raus, wenn sich noch jemand daran erinnert. Übrigens zu einer Frage, der Rote Chor kam 2017 raus. Ja, okay. Der Rote Chor ist der letzte Mal. Dann war ich ja sogar richtig. Da fällt mir tatsächlich das so fort, als als Person von Bornland Graf Arvid von Gestwinskoje ein. Allein schon wegen dem Namen Gestwinskoje hat es für mich so was Heibelisches. Ja. Und es ist ein toller Charakter. Ganz besonderer Charakter. Ganz besonderer Charakter. Und ich finde, ich habe hier auch so eine Stelle extra rausgesucht, hier aus der Scharlatan. Ich muss ihn natürlich korrigieren. Einer von den drei Romanen, die ich hier liegen habe, der spielt nicht in Bornland. Tut mir leid. Der spielt in Ferdo, glaube ich sogar. Aber Achtung, aufmerksame Zuhörer haben gerade das erste Buch verraten bekommen. Richtig. Das erste von dreien. Was tatsächlich der allererste DSA-Roman auch ist. Genau. Und es handelt sich natürlich, ich kann es ja nochmal auflösen, jetzt nur um der Scharlatan. Und da macht Graf Arvid natürlich einen riesen Eindruck. Also der erste Satz, den er hier spendiert bekommen ist gleich. Wer den blonden Hühnen herankommen sah, trat ohne Nachdenken einen großen Schritt zur Seite. Etwas lag in diesen Zügen und der Körperhaltung, das diesen Schritt nahe legte. Ich finde das ziemlich cool, wie er hier vorgestellt wird. Und er ist so der, finde ich, der erste Prototyp von einem Bronnjaren, den man so vorgestellt bekommt. Und da fällt natürlich auch gleich der erste Begriff, den wir vielleicht klären müssen. Was sind eigentlich die Bronnjaren? Das wäre so meine nächste Frage, Bronnjaren. Also das Bronnjaren ist ja an sich schon eine besondere Region, die sich doch von den umliegenden Regionen stark abweicht, sei es vom politischen System. Und da gibt es eben die Bronnjaren. Die Bronnjaren sind ja die Herrscher Bornlands, die Großgutsbesitzer, die Gutsbesitzer, die das Land im Prinzip regieren. Die das Sagen haben. Genau, wenn man jetzt die politische Struktur, glaube ich, so beschreiben wollte, wäre es, glaube ich, eine Adelsrepublik. Also wir haben jetzt hier adelige Herrscher, die übers Land verteilt sind und da immer so eine Region regieren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nicht nur regieren, sondern die Menschen auch besitzen. Also wir haben ja die Leib-Eigenschaft im Bornland. Richtig, das ist der zweite große Punkt. Da haben wir eben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Leib-Eigenschaft als eigentlich relativ ungewöhnlich in Aventurien. Im Mittelreich haben wir ja keine Sklaverei. Wir haben sonst nur noch in Al-Anfa, da werden es aber Sklaven genannt. Und da haben wir noch das Bornland. Also, was dann so eine, ja, ist eine gute Frage. Was unterscheidet denn, was unterscheidet denn jetzt Sklaven von Leib-Eigenen? Die Leib-Eigenen kommen da vielleicht raus. Ja, es, es, Bornland hat ja auch nochmal eine, 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 etwas spezielles Festung. Die Stadtfestung, wo eben keine Leib-Eigenschaft vorhanden ist. Wo, da kommen wir sicherlich noch später zu, wo sogar Goblins als freie Bürger der Stadt gelten. Was ja auch nochmal eine ganz Besonderheit ist. Aber, ähm, wir bleiben ja erstmal bei den Brunjaren und dem da beschriebenen, äh, großen, blonden Hühnern-Graf. Ähm, was macht, macht ihn so besonders und typisch für das Bornland? Also, ich hatte immer das Gefühl, dass, ähm, beim Lesen jedenfalls, dass Arvid so jemand ist, der sein, sein Herz auf der Zunge trägt, ne? Also, der, ist niemand, der für Intrigen oder so steht, ne? Also, kein bisschen und der, ähm, hat einfach, also er auf jeden Fall, das haben nicht alle Brunjaren, ne? Aber er hat einfach so ein großes, warmes Herz und er steht für seine Freunde und für seine Sache ein, ne? Ähm, es gibt in den anderen beiden Romanen dann noch viele Szenen, ähm, wo man dieses, äh, gut, ähm, auch, wo er dann quasi, äh, lebt, auch so ein bisschen, ähm, näher beschrieben bekommt. Und da hat man so einen tiefen Einblick in diese Leibeigenschaft und da könnte man so ein bisschen sagen, es ist eine Abhängigkeit, ne? Also, die Bauern arbeiten natürlich, ähm, also arbeiten natürlich für ihre Gutsherren. Und auf der anderen Seite ist dann dieses Versprechen dafür, dass der Gutsherr natürlich auch den Bauern und den, äh, also generell allen Leibeigenen dann seinen Schutz verspricht, ne? Ähm, das ist, glaub ich, so dieses, dieses grundlegende Abkommen, ne? Wenn man meiner Meinung nach, äh, Graf Arvid mit einer anderen bekannten Figur außerhalb der DSA-Weltvergleich mit, finde ich Eddard Stark einen sehr guten Vergleich. Also hart wie die See, also Graf Arvid wohnt an der See, Eddard Stark nicht. Rau wie die See, an der er wohnt, aber auch genauso, äh, äh, herzlich und, und, äh, nährend, wie die See sein kann. Ähm, merkt man auch, wie er mit, mit Wortgefechten in den, in den Büchern umgeht. Da hat nicht sehr viel Feingefühl, aber, wie du schon sagst, er trägt das Herz an der Zunge, auf der Zunge, aber auf jeden Fall auf dem rechten Fleck. Jetzt muss ich ganz kurz den Advocatus Diabloy spielen, weil, wenn ich mich recht erinnere, ich hab das Buch das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gelesen, wird Tessia von Ilbenstein in dem Buch ein bisschen vor Graf Arvid erwähnt. Und sie ist ja eine Geflügelte, also auch Bronjarin. Richtig. Und, äh, die, ähm, kurzer Spoiler, begegnet auch relativ früh dem, äh, Haupt, äh, Charakter des Buchs, der Scharlatan, dem Scharlatan, wer hätt's gedacht, wird von dem so ein bisschen auf den Arm genommen, beziehungsweise veräppelt. Und es ist halt ein Kiesauf-Buch, es werden Haufen schlüpfrige Andeutungen gemacht. Oh ja, oh ja. Ich frag mich, ob das so ein kiesespezifisches Ding war, oder ob das früher vielleicht generell so war, aber ich hab auch einen anderen Desaroman, diese Schlüpfrigkeit, entdeckt. Aber das ist, glaub ich, Thema für einen anderen Podcast. Ich fand's immer ganz witzig. Zurück zum Bornland. Genau, zurück zum Bornland. Was macht denn für dich das Bornland zum Besonderen, so, wenn du so einen Aspekt rausnehmen kannst, abgesehen von den drühen Jahren, die wir gerade schon erwähnt haben? Genau. Ähm, ich, also wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja Fan von Lore. Und ich würde sagen, ähm, das, was für mich das Bornland dann besonders Ten macht, ne, Superlativ, ähm, es ist einfach diese unglaubliche Dichte in der Beschreibung durch Romane und auch durch Regionalspielhilfen. Und da müssen wir das natürlich erwähnen, ne, wenn wir jetzt einen Sprung in die Vergangenheit machen, die erste Beschreibung des Bornlandes, man überlege, ne, 84 ist DSA quasi in der ersten Edition rausgekommen und 89 gab es dann schon die Bornland-Box, ne, und die natürlich, äh, in Redaktionen von Ulrich Kielu betreut, und ich glaube, er hat auch bestimmt 80% oder 90% selber geschrieben. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, weil ich hab das Zeug nicht. Ähm, aber das war einfach Kisos Region. Und da kommt natürlich auch diese Verknüpfung zum Metaplot, weil wir wissen ja, die größte DSA, ähm, Kampagne überhaupt, ähm, die sieben Gezeichneten spielt ja auch zu großen Teilen, äh, im Bornland. Und das Schöne ist, wenn man sich da auch dafür interessiert und man jetzt keine Gruppe hat, ähm, um diese, ähm, Geschichte rund um, ähm, ja, wie kann ich das nennen, des erstarken Borbarats, also, wenn einen das interessiert, ne, ähm, da kann man auch diesen dicken, äh, tausend Seiten Roman lesen, also aufgeteilt auf zwei, ähm, weil das einfach so diesen Auftakt der Borbarat-Krise schildert und natürlich auch eine Verknüpfung zu den sieben Gezeichneten herstellt. Ähm, das Schöne bei den Romanen ist, ähm, dass das wirklich, das ist ein, ist ein richtiges Epos, ne, also es sind wirklich tausend Seiten, ähm, wo man mitfiebert und es endet, äh, in einer der, eigentlich schon eine der größten, ne, also die Schlacht auf den Valosanischen Weiden ist bestimmt eine der größten Schlachten überhaupt in der aventurischen Geschichte, ne, und die wird nicht spärlich beschrieben, also nicht im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, wer mal der Hobbit gelesen hat im, äh, im Original, der, ähm, ist dann ganz enttäuscht, denkt, oh, gleich geht's los und dann, und dann kriegt, äh, Bilbo einen Kopf, einen Schlag auf den Kopf. Nein, das ist, äh, hier nicht so, sondern wir haben da wirklich viele, viele, viele Seiten, wo militärische Bezüge da hergestellt werden und wie die Feldern agieren. Und, man, das Interessante ist, ähm, gerade bei diesen, äh, Schilderungen, dass immer auch so die Seite der einfachen Leute gezeigt wird, ähm, wie geht es denn einem, ich glaube, aus einem Dreiergespann, glaube ich, ne, also aus dem Heimatdorf, äh, von, doch von Arvid, ne, ich glaube aus Arvids, Arvids, gut, sind, glaube ich, drei Leibeigene, die halt eingezogen werden, aber ich bin mir nicht gerade, nicht ganz sicher, und die, ähm, man hat das, also quasi diesen Krieg immer aus dieser einen Perspektive, von den Leuten da unten und, ähm, dann natürlich von den, äh, Offizieren. Und, ähm, ich kann es nur empfehlen, und ich sage es jetzt einfach, ne, also die anderen wussten es bestimmt schon, aber es geht natürlich um das zerbrochene Rad, ähm, der erste Band dazu heißt Dämmerung und der zweite Nacht. Es gibt auch eine Gesamtausgabe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, das sind dann diese gesagten tausend Seiten. Und wenn man wirklich tief ins Bornland einsteigen will und, ähm, tausend Seiten nicht scheut und auch noch aventurische Geschichte mitkriegen will, der kriegt das Gesamtpaket. Aventurische Lore ohne Ende vom Schöpfen von Aventurien selbst und, ähm, natürlich spielt ein Großteil im Bornland, ähm, wo man eigentlich an jeder Stelle diesen Flair spürt vom Bornland, ne. Also das ist mal ein Punkt, wo ich sage, das ist das, was das Bornland wirklich herausstellt, weil ich glaube, von allen Regionen ist die schon sehr, 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 sehr dicht beschrieben, ne. Ähm, ich weiß nicht, guckt ihr manchmal auf die Website Avespfade? Avespfade.de? In jeder Spielrunde. Genau, in jeder Spielrunde. Und immer wenn ich Richtung Bornland scrolle, denke ich mir, alter, hier ist ja, jeder kleine Fleck hat da ein Dorf oder irgendwas, ne. Ja. Ja, ja. Also es ist tatsächlich, äh, die erste Regionalbeschreibung vom Schwarzen Auge überhaupt. Spielhilfe 2, Spielhilfe 1 war dann die Stadtbeschreibung Havenas. Deswegen sehr gut treffend, wie du im Intro sagtest, Juli, wie, dass wir jetzt von Haiwenna nach ins Bornland sprengen. Also hangeln wir uns quasi chronologisch durch die ersten Spielhilfen durch. Sehr interessant. Man muss aber auch dazu sagen, also eins, ähm, wieso so viel von Ulrich Kiesow da ist, das stimmt nicht, es ist nicht so viel, wieso, sondern, ähm, Tasia war ja eine Heldin von Ulrich Kiesow, die er auch gespielt hat und aktiv auch, ähm, mit ihr sozusagen gehandelt hat. Von daher war sie, glaube ich, schon so ein kleiner Liebling von ihm und entsprechend natürlich auch dadurch wahrscheinlich auch deswegen viel vorhanden ist, ähm, diesbezüglich, ne. Also von daher, ähm, auch Tasia eben ein Ursprung bei dem Ursprung von das Schwarze Auge. Ähm, sodass das Bornland natürlich aber auch eine sehr lange Historie hat, ne. Und auch sehr viel dieser Historie bekannt ist. Also, ähm, allein die Theaterritter-Kampagne, die ja sehr, sehr, sehr viel dieser Geschichte zutage bringt, wo man sich denkt, wow, aber auch, ähm, es ist ja, Bornland ist ja sehr stark verwebt mit den Niwesen, mit den Norbaden, die Niwesen sind ja, die wiederum sich eigentlich als, äh, die, die ursprüngliche Bevölkerung da oben im Norden, ähm, sehen sozusagen die, die, ach, ich möchte nicht Urmenschen sagen, weil das so komisch klingt, aber, ne, dann gibt's ja auch noch einen Teil der elfischen Geschichte, die ja noch viel weiter zurückgeht, die damit ja auch verwoben ist mit der Region, mit der ganzen nordischen Region. Ähm, da ist also einfach sehr, sehr viel, sehr lange Geschichte und ich glaube, bis heute noch nicht alles, äh, geklärt, ne. Genau, ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne, die Theaterritter-Kampagne. Wir haben ja schon mal gesagt, wir haben erst eine große Kampagne, ne, also die sieben Gezeichneten spielen natürlich quer durch Aventurien, aber, sag ich mal so, diese, ähm, der Hauptpunkt, ähm, vom zerbrochenen Rad, ähm, und es gibt, glaube ich, auch mehr Abenteuer, die da spielen, ne. Ähm, also es ist oft Schauplatz von Kampagnen, beziehungsweise von großen Abenteuern gewesen und zuletzt halt auch Theaterritter, also die erste DSA-5-Kampagne, wie wir eben schon festgestellt haben, 2017, ähm, abgeschlossen, ähm, ist, glaube ich, auch in der Kritik, so wie ich es immer, äh, mitbekommen habe, gut weggekommen. Irgendwie so Einzelteile gefallen dann immer nicht so super gut, aber insgesamt hat die Kampagne, ähm, glaube ich, auch ein gutes Feedback bekommen. Wir haben auch ein paar Heldenwerke dazu bekommen, zwischen einem Goblin mehr oder weniger, das habe ich sogar gespielt. Ich habe auch den ersten Teil von der Theaterritter-Kampagne gespielt, aus, äh, Spielersicht. Ähm, und da ist ja quasi so dieses nächste, ja, next big thing, ne, also das nächste große Ereignis, ähm, was da im Bornland passiert, dieses Erwachen des Bornlandes, ne. Also das ist quasi so dieser Metaplot, dieses Metaplot-Element, was jetzt wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal, abgeschlossen ist mit der neuen Regionalspielhilfe oder quasi noch, ist es noch Thema? Nein, 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 nee, tatsächlich, es ist sehr aktuell, also nicht nur das Erwachen des Bornlandes, sondern auch das Sternenfallspiel in der, Achtung, Spoiler, also falls jemand, äh, Theaterritter-Kampagne noch aus Spielersicht erleben möchte, sollte vielleicht an der Stelle erstmal kurz überspringen, ähm, das Sternenfallspiel ja auch, äh, spielen ja noch eine große Rolle, und, ähm, also die Verknüpfung ist, glaube ich, dass der Sternenfall und das Erwachen des Bornlandes kommt irgendwie zusammen, ne, also es, ich glaube, es ist keine zeitliche Koinzidenz. Es gibt so Vermutungen, die so in der Community kursieren, was passiert jetzt mit dem Sternenfall, was passiert mit dem Erwachen des Bornlandes, wird das jetzt aufgegriffen, vielleicht in der neuen Regionalspielhilfe, ähm, da umgekehrt geht's aber auch ein bisschen um die Orks, also ich bin mir doch nicht so ganz sicher, wo's hingeht, oder ob das alles in einem etwas Größeren dann in der geschichtlichen Entwicklung endet, von nachher, das ist tatsächlich noch etwas unbeschrieben, also wer vielleicht ans aktuelle Geschehen sich anschließen möchte, jetzt die Theaterritter-Kampagne schnell spielen, wahrscheinlich eher durchlesen, denn, ich bin ehrlich, Heute noch, sofort. Also ich spiele sie noch, und, gut, wir spielen schon etwas länger daran, wir sind jetzt grad am Ende des zweiten Abenteuers, ähm, Habt also noch ein bisschen vor euch. Ja, ja. Also nur um das für die Hörer vielleicht ein bisschen einzugrenzen, ohne zu spoilern, bei dem Erwachen des Bornlandes geht es um mysteriöse Ereignisse, ähm, und man sagt, dass halt sich irgendwas am Land verändert, also dass das Land an sich, und ich mein wirklich Land, Land, ne, also Bäume, Pflanzen, Wege, Flüsse, ähm, dass da irgendwie was im Gange ist. Und, das sind so Dinge, die in allen Teilen eigentlich von der Theaterritter-Kampagne irgendwie wieder auftauchen, in unterschiedlichen Formen natürlich, ne. Genau, aber kein, und auch, ja. Genau, also mir fällt in einem Heldenwerk auch noch, aber wie hieß das andere? Ein Drei-Farben-Schnee. Gibt es noch? Das spielt, Drei-Farben, ja, Drei-Farben-Schnee hat aber nichts mit dem Erwachen zu tun, spielt aber auch im Bornland. Rübenernte? Hieß das nicht so? Ich meine schon. Ja, Rübenernte. Rüben, doch Rübenernte. Irgendwas mit Rüben. Dann geht's auf jeden Fall um Rüben, ja, korrekt. Ja, das ist diese berühmte Hotzenplotzigkeit von DSA, ne. Der Klappentext sagt auch, wenn im beschaulichen bornländischen Dörfchen neue Wulzen, die nahe von Rüben geerntet werden, ist dies für seine Bewohner jedes Jahr ein Grund zur Freude. Okay, interessant. Das wird ein Hobbit-Plot sein. Ja, also Hübelzwerg, sorry, Hübelzwerg-Plot. Ja, ja. Ja, herrlich. Aber wo du schon sagtest, das Bornland erwacht mit Pflanzen und so weiter, ist ja jetzt nicht so, als wenn das Bornland nicht noch mehr Pflanzen bräuchte, die schon irgendwie seltsam sind. Das ist für mich so das Charmanteste am Bornland, obwohl die, ich glaube die rechte Seite, also die mehr östliche Seite, die wirklich, wenn du auf Averspfade guckst, so Punkt an Punkt Dorfnamen sind, abgesehen oben jetzt vom Rotaugensumpf, gibt es halt wie so einen dicken Stempel mittendrin in den Bornwald, wo halt mal nichts ist und wo eigentlich auch irgendwie keiner reingeht, weil jeder weiß, dass er nie wieder rauskommt oder was auch immer. Angst vor dem Born. Leben lang durch vielen Globunen fallen wird. Ja. Und das gibt halt, also das finde ich sehr, sehr viel Freiraum, also ich bin jetzt wieder aus meiner Impro-Theater- Spielleiter-Sicht ran, da quasi alles drin zu machen, wo du Lust drauf hast, weil es ist ja halt leider auch ein Punkt, was viele Leute sagen, bei DSA ist ja so alles total beschrieben, du hast ja keine freien Flecken und Tralafitti. Und da bietet sich das Bornland an wie kein zweites, finde ich. Gerade der Bornwald, da kannst du Schafe suchen gehen, da kannst du Goldschätzer, Goldgräber hinschicken und dass du auch immer Lust drauf hast. Ich finde auch, dass diese unglaublich vielen Dörfer dazu einladen, auch irgendwelche Plots aufzuziehen. Also ich habe das hier mal aufgeschrieben, die haben alle lustige Namen. Man könnte ja auch zwischen Abenteuer spannen, zwischen der Rivalität, zwischen den Dörfern Hinsk und Kunsk. Das ist halt so, keine Ahnung, die haben sich da wirklich ausgelassen damals. Und natürlich dieses Sjeppen-Gurken, also wenn jemand als Aussprachetrainer hier fungieren will, ich lerne gerne. Und dann gibt es natürlich noch, gerade noch Sjeppen-Gurken. Also wie sie damals darauf gekommen sind, da steckt bestimmt eine Geschichte hinter. Müsste man vielleicht mal auf einer Con irgendwen von den alten fragen. Wie seid ihr eigentlich auf diese Namen gekommen? Also das Schöne ist ja auch am Bornland ist, wenn man möchte, findet man viel Geschichte, viel große Geschichte, eine große Kampagne, Theaterritter-Kampagne, die wie gesagt insgesamt und meiner Meinung nach im Vergleich zum Beispiel zu sagen wir mal der Rabenkrieg-Kampagne, ich finde sie besser. Aber das ist alles Geschmackssache, von daher ist das jetzt nicht wirklich relevant. Findet man sie viel und dennoch hat man sehr, sehr viel Freiraum doch eigenes zu erfinden. Selbst wenn man jetzt keine tausend Seiten lesen möchte, keine drei Romane lesen möchte und gar keine Bornland-Spielhilfe hat, denn für die S.A. 5 wird sie ja erst im nächsten Jahr kommen und nicht jeder kann sich ja der stolze Besitzer einer DSA-4-Spielhilfe des Bornlandes nennen. Denn sie gibt es tatsächlich, es gibt die DSA-4-Bornland-Spielhilfe, das Land des Schwarzen Bären nennt sie sich, jede Menge sehr viel beschrieben. Aber wie gesagt, nicht jeder möchte sie haben. Wo ich zu meiner nächsten Frage komme, was würdet ihr Anfängern raten, welchen weltlichen Bezug nehme ich mir, um in Bonnland zu spielen? Welche Stimmung? Wie fange ich sie ein? Das ist ja das Schöne an Aventurien, dass ich zu fast jeder Region einen innerweltlichen Bezug nehmen kann und somit, ohne wie gesagt tausend Seiten gelesen zu haben, doch durchaus auch mein eigenes Spiel erschaffen kann. Nee, 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 fang du ruhig an, da kann ich meine Gedanken nämlich ordnen, da wird das nämlich nicht so gebrabbeln. Also ich gehe jetzt mal zu den weltlichen Fragen, ich gehe jetzt mal allein von den Ortsnamen, ich gerade nochmal drüber scroll, weil du es eben sagtest, sowas wie Krempelow, also O-W am Ende und auch wenn du mitten in den Rotaugensee schaust, sieht es ja aus wie so ganz viele, also Rotaugensumpf, sorry, wie viele kleine Seen, also erinnert mich sehr stark auch von den Namen her an Mecklenburg-Vorpommern, aber auch sowas wie Elkhauen oder Elkfurten, Rimmelklauchen, das ist so für mich typisch Norddeutschland und das passt auch sehr zu der rauen, aber herzlichen Art der Bronjaren, finde ich. Also das kann man sehr gut kombinieren ins Bornland, wenn man erstmal nicht so weit gehen will im Verhalten der Leute oder der Kultur der Leute. Aber könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt Festum dazu nimmt, so als Stadt am Meer, fällt mir auch direkt das Baltikum ein. Also so, ich will nicht sagen Hanseflair, aber die, sag ich mal, die reichen Pfeffersäcke aus Festum sind natürlich schon sehr geschäftstüchtig und haben natürlich auch die Speicher voll mit Waren und handelt ja auch quer um die ganze Welt. Da fällt uns ja natürlich direkt der, ähm, fallen uns natürlich direkt die, wie heißen sie nochmal? Na. Wo willst du denn? Ich will gerade zu den Störerbrands. Ja. Zu den Störerbrands. Die Störerbrands sind doch aus Festum, ne? Oder täusche ich mich gerade? Sind die nicht? Aus Riva? Ich überlege gerade. Jetzt setzen wir uns ja wieder in die Nässe. Wollte gerade sagen, uh, 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 uh. Ad-hoc-Recherche sagt, die Störerbrands kommen aus. Äh, äh, der reichste Mann Aventurin, also Störerbrand, Festum, äh, Festum, ja. Händler, 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 Familie Störerbrand, Leiter des Handelshauses Störerbrand, ganz kurz. Und Patriot Schaborn. Alter Wohnort Festum bis 1027, danach Garrett ab 1035. Genau, also auch die Störerbrands, also die reichsten der Reichen kommen ursprünglich aus dem Bornland. Ähm, das heißt, sie haben uns zu viel gebracht. Und ich finde gerade Festum, wir haben ja gerade gesprochen, was, was bringt das für neue Spieler und was, beziehungsweise neue Spieler, was macht die Region auch attraktiv? Und ich finde so, ein Punkt, der es attraktiv macht und der ein idealer Eingangspunkt ist, auch für eine Kampagne, so wie es auch bei, ähm, den Theater retten, ist es einfach Festum, ne? Weil es ist eine Hafenstadt, rein theoretisch kann da jeder aufgrund von irgendwelchen Aufträgen vorbeikommen. Klar kann es auch von der Landseite hin, aber Festum ist einfach so als Handelsstadt total, ähm, leicht zu erreichen. Und das ist eine, ähm, Stadt, wo man leicht, sag ich mal, Bezüge herstellen kann, Also wir haben quasi so ein bisschen diesen Hanse-Flair, ne? Also so, sag ich mal, Hochmittelalter, Hanse, so gemischt so ein bisschen, ne? Also, ähm, Händler, also Händler, ähm, du hast diese, wie heißt denn dieser Stadtrat da in Festum? Jedenfalls, es ist einfach dieser ideale Eignungspunkt, um halt den Rest vom Land zu erkunden, ne? Und generell, haben wir eben schon gesagt, wir haben ja den Bornwald, ne? Der so eine große Marke da feststeht und der ist halt auch einfach viel, viel Sumpf, wenig Kulturland, also im Bornland, also so ein bisschen unwirtlich, die Region, was sich natürlich dann wieder in der Art der Menschen, ähm, so niederlässt, die sind ein bisschen härter, ne? 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 Beispiel von Graf Arvid von Geswinsko ja, ähm, einmal so ein bisschen illustriert haben, ne? Ähm. Wobei man Festum tatsächlich noch ein bisschen rausnehmen muss mit seinen unterschiedlichen Viertel, es gibt ja ein eigenes Goblin-Viertel in Festum, es gibt das Torvaler-Viertel, ähm, das ist schon sehr speziell, also, ich glaube, Multiethnisch. Ja, also so wie Havena schon so ganz besonders ist, ähm, ist, also hat wahrscheinlich jede große Stadt, äh, ihre Besonderheiten in der Aventurien, ich muss sagen, ich hab mich noch nicht mit allen großen Städten in der Aventurien beschäftigt, aber, ähm, Festum hat schon so seine besonderen Viertel und ich finde, es sticht ganz anders hervor, wenn man dann ins Bonnland geht. Hm? Ähm, denn, so die, so die, die, ins Hinterland kommt man quasi. Genau, man kommt ins Hinterland und in Festum wird auch einfach ganz anders gelebt als, äh, im Bonnland, allein, wie die Wahrnehmung der Goblins im Land und in Festum ist, ähm, wo ein Goblin in Festum durchaus als, äh, freier Bürger leben kann, lassen wir mal dahingestellt, ob sie jetzt die Kanäle putzen oder eben nicht, ob sie da jetzt eine hohe Stellung haben oder nicht, das ist wiederum eine ganz andere Sache, aber im Hinterland, wenn da ein Goblin umherläuft, wird er nicht, äh, an, äh, den Tisch in der Taverne eingeladen werden zu einem Drehen. Auf keinen Fall, der wird eher, der wird eher verscheucht, ne? Genau. Und ich will immer Sachen nachgesagt. Entschuldigung? Also, dass ich den Charme ausmache zum Thema guter Punkt, zum Abenteuer anfangen, also selbst wenn man jetzt charakterisch bilden will, die so ein bisschen zwiedichtig sind oder die sich irgendwie vor dem Gesetz im Großen und Gülden im Mittelreich verstecken wollen, ist Festum auch wieder eine gute Stadt für, auf jeden Fall schön. Erstmal unterzutauchen, ne? Richtig. Und wir haben natürlich, was auch sehr, ähm, angenehm ist, wir haben so zwei Pole. Ich finde, so Festum ist ja irgendwie auch die größte Stadt da am Bornland. Wir haben unglaublich viele, unglaublich viel Landbevölkerung und viele kleine Dörfer und was das Schöne ist, da ergeben sich so diese ganz typischen Konfliktlinien, an denen man Abenteuer aufziehen kann, Also wir haben einmal, wie du es eben gerade schon gesagt hast, Also die Bürger in Festum unterscheiden sich ja maßgeblich von der Landbevölkerung. Wir haben also diese reichen Pfeffersäcke, ne? So werden sie von der Landbevölkerung gerne gerufen, ne? Die da in Saus und Braus in der Stadt leben, die kriegen alles in die Stadt gekarrt, verdienen irgendwie Geld, ohne dass sie wirklich hart arbeiten, ne? Also aus Sicht der Landbevölkerung natürlich, ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite so die einfache Landbevölkerung und diese ganz standesbewussten Jahren, ne? Also die auf ihrem Gut mit ihren Leib eigenen irgendwie versuchen, über die Jahre zu kommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist jetzt nicht so ein, wie sagt man, es ist so ein fruchtbares Land, ne? Wie jetzt viele Länder vom Mittelreich, sondern es ist ja wirklich deutlich, deutlich karger und auch deutlich kälter und die müssen sich da auch durch harte Winter schlagen, ne? Und da gibt es vielleicht auch mal nur Kohl oder sowas, ne? Also so stelle ich mir jedenfalls vor. Und, das heißt, dass diese große Konfliktlinie, ne? Also quasi Landbevölkerung und Brunniaren und quasi so diese reichen Bürger, würde ich jetzt sagen, ne? Und was ich noch interessant finde, ist, dass da so viele weitere Parteien mit reingebracht werden, ne? Also das kann man in der Theater-Ritter-Kampagne, glaube ich, gleich im ersten Band sehen. Da wird man ja zu einem See geschickt, ohne dass das jetzt ein großer Spoiler ist. Und da soll man ja verhandeln, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an das Abenteuer. Mischka, mach die Ohren zu jetzt. Nein, alles gut. Ich spoilere nicht großartig, aber wir haben also neben den Menschen, die dort in Warland leben, auch noch die Goblins, die da eine Partei sind, die immer irgendwo im Hintergrund ist. Und natürlich auch die Norbaden, die da eine ganz andere Geschichte haben mit den, ähm, mit den Al-Hani, dem, ähm, Volk, was irgendwann mal, ähm, die Vorfahren der Norbadenge sind. Oder die Norbaden sind quasi aus den Al-Hani hervorgegangen. So habe ich sie jetzt richtig in Erinnerung. Was ja kulturell übrigens auch nochmal ganz anders heraussticht, denn da haben die Frauen das sagen. Und, äh, so, so ebenfalls auch bei den Goblins im Übrigen, wo auch ein Matriarchat herrscht. Also, ähm, was ja im Bornland im Umgekehrt aber eben so nicht ist. Das sind schon extreme Gegensätze, die dann da, ähm, gut reingebracht werden können. Oder die vorhanden sind, die man immer auch gut ausspielen und anspielen kann. Ähm, na, so wie du sagtest, Intrigen jetzt nicht besonders, das Bornland ist jetzt nicht besonders bekannt wahrscheinlich für, für, ähm, horassische Intrigen, ja, da ist das Horasreich wahrscheinlich nicht eher für bekannt. Aber das sind so eben die Punkte, die man im Bornland dann ganz gut anspielen und ausspielen kann und viel Material an die Hand bekommt oder eben von der Stimmung her es einfach ganz gut reinfasst. Genau, auch die Konflikte zwischen irgendwelchen bornischen Adligen oder so, ne, also es bietet da schon viel Ansatzpunkte, ne. Und was wir auch immer haben, wir haben auch diese ganzen natürlichen Bewohner, sag ich mal, ne, Riesen, Hexen, Feen, ähm, also, da haben wir auch immer quasi so diesen von der Region gegebenen Spielraum, wo wir immer so was, sag ich mal, so ein bisschen was Fantastisches reinbringen können. Ja, der ganze Bornwald, ja, ne, der ganze Bornwald ist ja dann, äh, verhext. Es gibt ja das Gerücht, dass Tesia Jadwige, hieß die, glaube ich, von Ilmenstein, äh, ursprünglich eine Hexe war, die aber durch ihre kriegerische Ausbildung ihre hexischen Kräfte dann verloren hat. Ähm, zumindest ist das der Erklärversuch, warum sie mit 60 immer noch wie 30 aussah. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten ganz kurz, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber Mischke, halt hier Vorsichtshalber die Ohren zu, falls du das spielen möchtest. Ähm, Vorsicht, wenn man als Besucher nach Festum kommt, wird man ganz schnell entwaffnet, denn das Tragen Besuchern von Festum ist das, äh, das Tragen von Waffen nicht erlaubt. Das heißt, die Bürgerfestums dürfen zwar welche Tragen, aber kommt man, äh, als Nicht-Festtumer und möchte die Theaterrettekampagne zum Beispiel spielen, hat man vielleicht ein Problem. Auf jeden Fall erst mal keine Waffen. Auf jeden Fall erst mal keine scharfen Waffen. Das fängt beim Dolch an und hört beim Schwert auf. Richtig. Ja, aber wir haben ganz kurz den Punkt noch nicht gebracht, da haben wir Mischke vielleicht sogar unterbrochen noch den innerweltlichen Bezug. Ähm, wo würdest du den ansetzen und wo würdest du dir innerweltlich noch Inspirationen für ein freies, also für ein freies Spiel im Bornland holen? Also, äh, klar und jetzt sagst du, okay, äh, ich kann auch gerne ein bisschen weiter weggehen, als jetzt Mecklenburg-Vorpommern fest, um, wer würde mir jetzt Rostock einfallen, oder zumindest, äh, zu den alten Handelszeiten, äh, könnte man natürlich auch in das, äh, Landleben des katharinischen Russlands gehen, würde ich sagen, gerade wo die, ähm, Landbesitzer nicht jetzt, wie im Vergleich zu Deutschland oder in England, so irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Hektar hatten und nach 10 bis 15 Kilometer der nächste Landbesitzer kommt, sondern halt einfach mal so 200 Kilometer nichts kommt, ist jetzt im Bornland nicht, aber zumindestens in deren, ähm, Auskommen und deren Lebensweise, wie du auch schon sagtest, dass die Bronjaren dann im Winter halt auch als Feudalherren oder Landgut, äh, Landbesitzer, Gutsherren halt auch einfach nur mal eine Rübensuppe bekommen. Mein Mikro nicht mehr auf. Geh los. Wir hören dich aber noch. Ja, gut, dann. Ja, wir hören dich auch gut. Ach doch, wir hören dich gut. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Du warst gerade bei. Ach so, genau. Also, dass denen einfach nicht so feudal gut geht, äh, wie man das jetzt zum Beispiel aus dem Horas-Reich gewohnt ist, wo halt die, die Landsbesitzer einfach nur mal in Saus und Braus leben, sondern da halt auch aufgrund, wie eben schon gesagt, des sehr kargen Bodens ganz zu knabbern haben. Und wenn man sich da ein bisschen mit dem, wie gesagt, katharinischen oder vor der Revolution befindlichen Russland auseinandersetzt, hat man zumindest ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, wie hart da die Arbeit und das Auskommen ist. Und dann kommt auch der Begriff reichen Pfeffersäcke, also einfach Leute, die nicht aufgrund von landwirtschaftlicher Arbeit die Auskommen erreichen, sondern im Grund von Handel. Bekommt dann einen ganz anderen Begriff. Genau, also keine ehrliche Arbeit, ne, die machen sich nicht einen Rücken krumm oder die machen sich irgendwie nicht schmutzig, sondern die kaufen irgendwas ein und verkaufen wieder was und plötzlich haben sie Geld und können davon leben, ne. Und das sind aber so ganz zwei ganz unterschiedliche Welten, ne. Also die sind ja dann wirklich unglaublich reich im Vergleich jetzt zu der einfachen Landbevölkerung, ne. Was mir natürlich jetzt noch eingefallen ist, ähm, generell, ähm, ganz wichtig natürlich, wir haben ja die Bronjaren schon genannt, ne, aber, ähm, eine ganz besondere Rolle jetzt in dieser Adels, äh, Schicht ist der Adelsmarschall. Ähm, aktuell ist das, ähm, Nadjescha von Leufurten und es gibt im, äh, Bornland immer so eine Adelsversammlung, ähm, wo die sich, ich glaube, ich überlege gerade, ob sie sich einmal jährlich treffen, ich glaube schon. Einmal im Jahr in Festung. Genau, einmal im Jahr in Festung. Und da darf man auch nur, wenn man ein echter Bronjare ist, dran teilnehmen und, ähm, sind ja dann auch alle adelig und verrittert und, äh, sonst was. Und da haben wir ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, ne, ähm, die Bronjaren führen ja ihre, ähm, quasi ihren Herrschaftsanspruch, nenne ich jetzt mal, ne, führen sie ja auf ihre, ähm, ja ihre Verwandtschaft zu den Theaterrittern zurück, ne, also jeder Bronjare, ähm, behauptet halt von sich, dass er Nachfahrer eines Theaterritters ist und da kommen wir ja wieder zu diesem Punkt, dass das Bronjart einfach eine unglaublich lange Geschichte hat, ne, und das hat so ein bisschen was zu tun mit den Theaterritterorden, die es natürlich nicht mehr gibt in dem Punkt, ne, denn da gab es doch vor einiger, einiger Zeit mal einen Konflikt, ich glaube zwischen dem Theaterritterorden und dem Priesterkaiser, bin ich richtig? Ich meine ja, dass das der Konflikt war, wo die Theaterritter halt, ähm, aufgerieben, äh, wurden und, ähm... Ja, geradezu aufgelöst. Genau, also einfach so ein, so ein, dadurch einfach so diesen Legendenstatus übergegangen sind, ne, also, ähm... Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau in der Theaterrittergeschichte aus, äh, muss ich sagen. Ähm, gibt ja auch nicht an, nicht alle sind bekannt und... Nö, 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 aber das, also die Priesterkaiser, ähm, also nur um das zeitlich einzuordnen, ne, also wir reden jetzt von Bornland tausend nach Bosporans Fall plus, ne, und die Priesterkaiser sind ja so im, ähm, fünf, also vierten, fünften Jahrhundert nach Bosporans Fall, und es war eine Zeit, wo halt die Oberhäupter von der Preuerskirche gleichzeitig Kaisers des Mittelreichs, ähm, waren. Und das war eine sehr, äh, tyrannische Zeit, wer hätte das gedacht? Sachen gibt's. Sachen gibt's, wer hätte das erwartet von der Preuerskirche. Ja, die kriegt immer ihr Fett weg, egal was man macht. Aber jedenfalls auf diese Theaterritter, die gegen die Priesterkaiser gekämpft haben, da, ähm, kommt diese Verwandtschafts, ähm... Aber ich hab hier kurz was zu den Theaterrittern, also im Jahre drei BF, äh, wurde im Theater der Stadt, einem der wenigen erhaltenen Gebäude, wurde daraufhin ein Waffenbund gegründet, dessen Ziel die Befreiung des Landes von der Goblin-Plage war. Der Legende nach, sollen die zwölf Begründer je sechs Rondra-Geweihte und Kriege aus dem Lager der Besparaner und der Gareta aufständischen gewesen seien. Ihre Schwerter wurden zu den zwölf geheiligten Löwinnen entschwertan. Und das war der Ursprung, äh, des Theaterritter- Orts. Richtig, diesen wichtigsten Punkt, hab nur vom Ende berichtet von denen, hab ich den wichtigsten Punkt ganz vergessen. Ja, na klar. Ähm, also die, die Gründung hat jetzt schon eine sehr historische, ähm, sehr viel Epik, Epos, sag ich mal, finde ich. Da ist schon sehr viel, ähm... Diese Eroberung, ne? Ja, genau, genau. Also man nimmt quasi den, den Goblins das Land weg und den Augen der, ähm, der Theaterritter, wird das Land dann halt irgendwie zivilisiert und gebändigt, das wilde Land, ne? Das ist die Befreiung von den Goblins aus der Theaterrittersicht natürlich, ne? Genau, richtig. Und, ähm, die werden natürlich, wo das Land natürlich weggenommen, ne? Und dann hat sich das Borland entwickelt über die Jahrhunderte und ist zudem halt geworden, was es heute ist. Also das Borland, können wir ja vielleicht so zusammenfassend sagen, ich finde, bietet interessante Konflikte, ne? Also wir haben jetzt nicht so eine Region, ähm, wo wir quasi keine Reibungspunkte haben oder die sich jetzt nur durch einen Aspekt auszeichnen, sondern wir haben ausreichende Konfliktpunkte, an denen wir Kampagnen und Abenteuer aufziehen können. Und wir haben trotzdem, um das Fantastische jetzt nicht zu vergessen, das ist mir halt immer wichtig, dass wir auch ein Fantasy-Rollenspiel spielen und nicht nur ein ganz normales Rollenspiel, ähm, dass wir immer wieder diese Bezüge haben, dass das Land jetzt irgendwie so erwacht und irgendwas mit dem Land passiert und sich verändert und der Komische, dass irgendwie, ich glaube, bei dem Rübenabenteuer war irgendwas mit der Ernte nicht in Ordnung, ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, aber, ähm, wir haben natürlich auch Bezüge zu Hexen und Feen und Riesen, ne? Also da ist schon ganz schön viel, ähm, Punkt, wo man, ähm, wo man quasi angreifen kann. Also selbst, also wenn man jetzt nicht nur ein bisschen auf geschichtlichen oder Tatsachen, wovon es ja sehr viel gibt, es gibt ja auch, ähm, durchaus Rollenspiel, wo man gerne ein bisschen was Geschichtliches und Ähnliches spielt, ähm, gibt es aber auch, das Fantastische muss nicht zu kurz kommen im Bornland, ähm, da kann man auch sehr viel, ähm, Drachen, es gibt Drachen im Bornland, also, ähm, nicht nur im Mittelreich wurden sie gesichtet, sondern auch im Bornland sind sie, ähm, sogar in den Küstenregionen durchaus anzutreffen, gar nicht so wenig, ähm, und ein Punkt, ähm, den man vielleicht nicht sofort mit dem Bonnland, ähm, in Verbindung bringt, aber wenn man so ein bisschen in, in, ja, nicht unbedingt, ähm, Bauer-Ritter-Rollenspiel verfallen möchte, da gibt es ja auch sehr viel von der Natur bis über Naturvölker, sag ich mal, also Nivesen, was, äh, der Ursprung im Norden Aventurins überhaupt ist, äh, jemals zu finden ist, ähm, wo man halt auch sehr viel Rollenspiel, auch, ähm, Schamanismus ist da, spielt da ja eine Rolle mit, eine ganz, ganz andere, ähm, ganz anderer Götterglaube, ähm, kommt da ja, also die Nivesen sind, die haben ja nun nichts mit dem Zwölfgötterglauben am Hut, sondern da geht's ja um, 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 um die Wölfe, ähm, spielen da eine große Löhre, will ich jetzt gar nicht weiter im Einzelnen darauf eingehen, ich glaube da, das würde einfach den Inhalt des Podcasts sprengen, aber auch, also sprich, man kann das Bornland allein schon für sich nehmen, nicht nur Aventurin, sondern nur das Bornland und hat sehr viele verschiedene Facetten, die man dort anspielen kann, ähm, und sehr viel Abwechslung, wenn man nicht vom Bornland plötzlich, äh, nach Südaventurin hüpfen möchte und seine Charaktere, ähm, sag ich mal, in einem Spiel bringen möchte, reicht es sie im Bornland schon in eine etwas andere Region mit ganz anderen Sachen, ähm, kann man sie dann damit konfrontieren. Ob bei den Nobaden, das ist ja auch, den Punkt hatten wir ja schon, ne? Mhm. Ähm, also Bornland bietet sehr, sehr viel und ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die, ähm, Spielhilfe, die dann nächstes Jahr rauskommen wird, wie sie, welche aktuellen Geschehnisse dann da eingearbeitet sind, ähm, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ich bin die meisten auf die Spielhilfe, weil die A9 in der DSA 5 einfach so wunderschön illustriert sind, auch einfach. Richtig. Und da gibt's beim Bornland, also haben sie bei, bei streitende Königreiche, was ja teilweise auch naturbelassen ist, schon wunderschön gemacht mit den Flüssen und den Flößern und so weiter. Richtig. Und ich finde immer, jede Regionalspielhilfe ist quasi ein kleines Sub-Setting, ne? Ja. Und das finde ich einfach so stark. Also eigentlich kannst du mit diesem einen Buch, kannst du allein schon Jahre spielen. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ähm, ob das über ein Crowdfunding gehen wird oder nicht, aber mindestens als Regionalspielhilfe wird es ja auch ein spezielles Regionalabenteuer nochmal dazu geben im Bornland. Richtig. Äh, natürlich das, äh, Heldenbrevier. Ich liebe die Heldenbreviere. Also wer ein bisschen fluff, wer wirklich fluff und Geschichten, äh, über die Region haben will, ich finde die Heldenbreviere in DSA 5 sind einfach nur genial gelungen. Ja, Carolina Möbes ist die Beste. Also ich, ich liebe sie tatsächlich alle und, ähm, auch die Musik. Ich bin gespannt auf die Musik, die dazu rauskommt. Also es, es, es kommt etwas mehr Material, als man bis jetzt nur zum Lesen hatte. Ähm, ich finde die Regionalspielhilfen in DSA 5 bringen halt sehr viel mit sich, musikalisch, optisch und natürlich dann entsprechend auch, äh, ich wünsche mir immer ein bisschen mehr Fluff in den Regionalbüchern. Der kommt mir ein bisschen zu kurz in DSA 5, muss ich sagen. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Das wird schon was. Ne, aber ich glaube, wir konnten den, ähm, Hörern so, schon viel, ähm, Seiten so zeigen vom Bornland, ne? Also wenn euch da ein Aspekt, ähm, interessiert hat, es gibt so viel Hintergrundmaterial und die neue Spielhilfe steht ja schon in den Startlöchern. Also wenn ich eine Empfehlung geben müsste, ja, Bornland finde ich sehr interessante Region. Da gibt es Regionen, die finde ich uninteressanter, aber das Bornland, finde ich, ist eine sehr reizvolle Region. Ja. Und, ähm, das, ähm, russische Zahnreich zu Katharina, der Großen. Ähm, wer sich da lieber mit Filmen berieseln lassen möchte, da gibt es genug Filme. Darüber kann man sich auch sehr viele Inspirationen fürs Bornland tatsächlich holen. Ob das jetzt nun, äh, der Meskines ist, der im Bornland sehr gerne getrunken wird oder der Bornländer, der gerne einfach viel lamentiert. Ansonsten, wir hatten sie hier, deswegen mache ich auch nochmal Werbung an der Stelle. Äh, die dritte Schaffel der Hörspieler spielt tatsächlich im Bornland. Es sind Märchen und, ähm, sind, glaube ich, schon die ersten drei Folgen rausgekommen. Und vorab gibt es ein wunderschönes Lied von den Hörspielern, ähm, das sie über das Bornland eingespielt haben, äh, was sehr gut die Stimmung einfängt. Ähm, wir setzen euch einen Link rein hier ins Video, so, ähm, dass ihr euch das einfach einmal, äh, ja, anhören könnt. Ein wunderschönes, also ich, ich, ich finde es richtig gut gelungen, das Lied und es fängt mega gut die Stimmung ein und, ähm, macht Lust auf das Bornland. Ich hoffe, euch macht die Folge auch Lust auf das Bornland und ihr schnappt euch eins der erwähnten Abenteuer oder Bücher oder belest euch einfach und, äh, spielt einfach mal, äh, im Bornland und, ähm, schreibt vielleicht einfach in die Kommentare, welche Abenteuer ihr gerne spielt oder gespielt habt im Bornland oder was ihr sonst noch vielleicht über Bornland so besonders oder wichtig dran findet, was wir vielleicht gar nicht erwähnt haben. Also über Kommentare freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja, und wir kommen auch langsam zum Ende unserer Folge. Ähm, an der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Adrian von Das schwarze Auge, äh, das ich hier mit... Hinter dem schwarzen Auge? Äh, von Hinter dem schwarzen Auge, Entschuldigung. So weit bin ich noch nicht, dass ich für die Lust ist, arbeite. Also Adrian von Hinter dem schwarzen Auge, ähm, schaut da auch mal rein, wenn ihr nämlich, äh, Informationen zum Bornland der neuen Spielhilfe, wann, wo, wie, was kommt haben wollt, da findet ihr sie garantiert, sobald es nur Neuigkeiten dazu gibt. Ähm, hört also mal rein, wir verlinken euch auch hier, äh, den YouTube-Kanal, Podcast-Kanal. Und dankeschön auch Mischka dir wieder fürs, äh, äh, mit dabei sein, dass wir wieder uns so schön unterhalten haben. Und, ja, als letzten Abschlusssatz, ähm, sagt mir doch mal beide, was ihr am coolsten am Bornland findet, mit einem einzigen Satz. Hm. Ich fang vielleicht einfach kurz an, ich seh euch nämlich nicht mehr, weil hier irgendwas Abgestürztes bei mir, aber am coolsten am Bornland finde ich, ähm, die, ich nenn's jetzt literarische Begleitung. Am coolsten finde ich, dass es, äh, eine Siedlung gibt, die sehr stark mit dem Nationalgetränk Meskinis verbunden ist, die heißt Meskinis Koje, also da ist noch, äh, eine starke Identifizierung am Tag bei dir. Das bringt mich auf die Idee, also wer gerne mal ein Schnaps-Trink-Abenteuer spielen möchte, sollte sich vielleicht in diesem Dorf umschauen, oder? Gutes Essen, gutes Trinken. Wenn man von Jahren sagt, müsst ihr trinken. Gutes Essen, gutes Trinken und der Abend ist gerettet, oder? Gut. Vielen Dank auch an euch Zuhörer an dieser Stelle, dass ihr uns im Podcast mit begleitet habt. Und, äh, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020